Was ist die Normung der Start-ups und kleineren Unternehmen? Ich sage mal so, die Firma Next Kraftwerke gab es 2007 nicht und aktuell sind das die größten virtuellen Kraftwerksbetreiber Deutschlands. Dass man den Zugriff im Sinne von Open Data, Open Repository, zumindest den lesenden Zugriff auf die Standards breiter öffnet und die Hemmschwelle senkt vor allem bei den kleineren Firmen oder auch bei diesen zu nutzen und anzuwenden. Den DKE Innovation Campus finde ich sehr spannend und sehr interessant. Um ehrlich zu sein, ich glaubte nicht viel Neues zu lernen zu können hier in der Runde, aber allein schon durch die Keynote sehr viel neues Wissen und auch die Vernetzung mit Kollegen in den Pausen ist sehr interessant und sehr spannend. DKE Innovation Campus DKE Innovation Campus DKE Innovation Campus